Kinder haben heute wieder mal ganz alleine Frühstück gemacht, Teller hingestellt, Cornflakes. Maiki, Leila, wie Leila. Ja, ich sag mal Sophie und Maiki haben es ganz alleine gemacht. Hier noch ein bisschen Kuchen. Habt ihr richtig, richtig toll gemacht, wirklich. Niki ist hier in dem Bettchen. Solange der ruhig ist, werde ich jetzt noch die Lunchboxen machen. Ein bisschen habe ich hier schon reingemacht. Und zwar haben wir gestern so ein Hotdog-Brot gemacht. Da ist was übrig geblieben. Das bekommt die Sophie dann quasi zum Mittagessen im Kindergarten. Also sie bekommt immer zwei Lunchboxen. So, ich bin schon fertig. Hier habe ich jetzt zum Frühstück einen Nusskuchen, Erdbeeren, einen Joghurt. Hier eben dieses Hotdog-Brot, Trauben und Milchsnitte. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Habe ich hier heute Morgen schon ein bisschen mitgenommen, beziehungsweise wir haben immer noch morgen. Ich muss mich jetzt gerade fertig machen. Meine beiden Jungs sind auch hier im Badezimmer. Das ist der kleine, der große ist gerade aus. Sophie ist jetzt im Kindergarten und mein Mann ist auf der Arbeit. Und ja, wir starten jetzt einfach mal gemeinsam in den Tag. So, der Mike, der putzt jetzt auch seine Zähne. Der hat auch jetzt eine elektrische Zahnbürste. Ah, das reicht schon. Nimmst du das und ich nehme die Zahnpasta. Bevor ich mich schminke, putze ich einfach nochmal immer mein Gesicht mit so einem Mizellenreinigungswasser. Das würde ich aber tatsächlich nicht nochmal kaufen, weil die Inhaltsstoffe nicht so gut sind. Ich habe das mal mit Codecheck gecheckt, also gescannt. Und da waren nicht so gute Inhaltsstoffe drin. Deshalb, ja, werde ich das nicht nochmal holen, aber vom Dings her ist es eigentlich schon sehr gut. Also es entfernt richtig gut die Make-up-Rückstände, finde ich das nicht. Ich putze nochmal nach, okay? Es entfernt normalerweise schon sehr gut diese Make-up-Rückstände, war ich eigentlich sehr zufrieden. Dann benutze ich so eine Tagescreme, das ist die Carotin-Sportcreme von Essentials. Die benutze ich jetzt noch, bevor ich das Make-up drauf mache. So, ich bin jetzt fertig gerichtet und was ich jetzt unbedingt anfange ist, Wäsche zu waschen. Heute ist Montag und da werde ich erstmal die Wäsche sortieren und direkt loslegen, damit ich im Laufe des Tages einige Waschladungen durchbekomme und sie am Abend zusammenlegen kann, damit ich dann, ja, spätestens Donnerstag fertig mit der Wäsche bin. So, ich bin gespannt, wie viel Wäsche mich heute erwarten wird. So sieht der Schacht aus. Es ist wahrscheinlich einiges noch im Rohr drin. Ich habe die Woche nicht diesen Korb geleert. Normalerweise schaue ich irgendwann mal die Tage rein und leere diesen Korb hier rein, damit das einfach nicht so voll da ist. Ja, jetzt schauen wir mal, ne? Okay, jetzt heißt es Wäsche sortieren. So, Wäschekörper sind leer. Ich habe das Ganze hier sortiert und eine Ladung Wäsche läuft schon. Hier im Schrank habe ich übrigens den Rucksack von der Sophie. Wir haben am Wochenende den Rucksack bzw. den Schulranzen gekauft und den nehme ich jetzt. Ich möchte nämlich ein Video darüber drehen und ihn vorstellen und worauf man achten muss beim Kauf. So, ich habe jetzt gerade das Video von dem Schulranzen gedreht. Das hat irgendwie richtig Spaß gemacht, weil ich den Schulranzen gesehen habe und mich so gefreut habe für die Sophie, dass sie jetzt einen Schulranzen hat. Es ist so krass, dass sie dieses Jahr in die Schule geht und ich weiß nicht, ich freue mich so richtig für sie, dass sie diesen weiteren Lebensabschnitt bald geht und sich so einen schönen Rucksack ausgesucht hat bzw. Schulranzen. Ich sage immer Rucksack, aber es ist ein Schulranzen. So, ich werde jetzt den Frühstückstisch aufräumen. Haben die Kinder ja heute Morgen ganz toll gemacht. Wenn sie Frühstück machen, dann meistens Cornflakes, weil das einfach am einfachsten für die ist. Genau, das werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal machen. So, ich habe die Küche aufgeräumt. Das ging ratzfatz. Und ich wollte noch kurz einen Kommentar euch erzählen, wo ich bekommen habe. Und der ist, denke ich, überhaupt nicht böse gemeint, sondern wollte mir einfach nur damit klar machen, wie ich so rüberkomme. Und zwar stand in dem Kommentar, dass ich oft oder ja meistens, ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert ist, abgehoben wirke. Also, ja, ich glaube, ich habe es richtig formuliert. So in etwa auf jeden Fall. Ja, und ich bin überhaupt nicht sauer, wenn man mir so etwas schreibt, dass ich vielleicht arrogant rüberkomme oder wie gesagt abgehoben oder so. Im Gegenteil, ich bin wirklich sehr froh darüber, wenn ich auch solche Kommentare bekomme, damit ich einfach, ja, das so ein bisschen besser reflektieren kann und besser einschätzen kann. Ich verstehe diesen Kommentar total. Ich habe auch so öfters mal von Leuten, die ich dann so kennengelernt habe, im Nachhinein dann immer gesagt bekommen, dass ich, dass die meisten dachten, ich bin voll arrogant und dann lernen die mich kennen und denken, nee, ich bin überhaupt nicht arrogant, ich bin voll lieb und so. Also ohne mich jetzt hier gut darzustellen oder so, aber das habe ich so oft gehört, auch in der Schule damals, als ich dann aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen bin, haben alle so ein bisschen Abstand von mir gehalten, weil die dachten, ich bin arrogant und dann haben die mich kennengelernt und dann haben sie gemerkt eigentlich, wie ruhig ich bin und es ist eigentlich immer halt gut meine, ne. Und ja, auf jeden Fall kann ich solche Kommentare wirklich verstehen und fühle mich auch nicht angegriffen. Natürlich finde ich es traurig, dass ich so wirke. Woran das so genau liegt, weiß ich nicht. Versuche auf jeden Fall daran zu arbeiten, aber es ist halt so, ja, meine Persönlichkeit, die jetzt so am Anfang oder halt nicht meine Persönlichkeit, sondern meine Ausstrahlung, die halt wahrscheinlich so wirkt. Und ich kann mir vorstellen, wieso auch eben dieser Eindruck erweckt wird, dass ich abgehoben wirke oder oft arrogant, der Maike läuft rum, ist, dass ich mich sehr, sehr stark für Dinge als freue. Wenn ich, wenn ich mich, äh, äh, jetzt bin ich durcheinander, der Maike läuft rum hier, ähm, ich freue mich auf jeden Fall als sehr stark, ne. Oder wenn ich zum Beispiel etwas Neues, äh, geholt habe, ne. Oder wenn ich, ähm, die Schwangerschaften verkündet habe. Ich muss immer Pause machen, weil der Maike hier rumläuft. Ähm, oder als ich, oder wir die Schwangerschaft verkündet haben. Ne, das sind einfach Dinge, ich freue mich so sehr darüber und ich finde das einfach nicht selbstverständlich. Und deshalb freue ich mich so sehr und möchte das mit anderen teilen. Nicht, weil ich angeben möchte oder so. Aber ich glaube, viele denken, dass man halt damit angeben möchte. Und ich muss sagen, ich habe schon extrem diese, diesen Charakterzug von mir, ähm, zurückgeschraubt, was ich eigentlich schade finde, weil ich eigentlich nur meine Freude als teilen möchte, nicht angeben möchte. Und bei mir ist es nämlich auch so, wenn, äh, meine Freunde oder die Leute, die ich lieb habe, auch etwas Neues haben. Sei es, äh, eine neue Mietwohnung oder eine Wohnung gekauft oder ein neues Auto oder, äh, neues Besteck oder wenn sie erzählen, dass sie in Urlaub fahren. Der Maike, der hat jetzt einen Joghurt bekommen und sitzt gegenüber von mir. Ähm, auf jeden Fall, ich möchte diese Dinge auch erfahren, weil ich mich mit denen auch freuen möchte. Und wenn man das nicht erzählt oder so langweilig erzählt, ähm, kommt, äh, ist das für mich so eher, äh, kommt das so rüber, als würde man das so für selbstverständlich empfinden, ne? So, und, äh, das finde ich eher schade. Also, ich möchte mich mit anderen auch mitfreuen und, ähm, finde, ja, auf jeden Fall, ähm, wenn ich euch, ähm, mein Hobbyraum zeige oder die Sauna zeige oder so, ich möchte auf jeden Fall nicht damit angeben. Ich finde, ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und ich bin auch wirklich sehr, sehr dankbar und glücklich, dass wir das haben. Aber ich möchte nicht damit angeben, dass es nicht etwas, was man fürs Leben braucht. Also, man kann auch ohne diese Dinge glücklich sein. Also, nicht, dass ihr denkt, ich kann nur so glücklich sein. Das auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich freue mich einfach, diese Dinge zu haben und möchte das mit euch teilen. Und, ähm, genau. Nur damit ihr das Bescheid wisst. Ach ja, und voll viele Fragen, ja, bezüglich Abnehmen und Sport, wie das so bei mir funktioniert. Wenn ich euch darüber berichte, möchte ich auch auf gar keinen Fall euch irgendwie unter Druck setzen. Ähm, ähm, wenn es bei mir halt gerade funktioniert, heißt es nicht, mag ich mich noch etwas. Ja, wenn ich euch eben darüber berichte und euch ein Update gebe, nicht, dass ihr euch unter Druck, Druck gesetzt fühlt. Das ist jetzt einfach bei mir jetzt ein Lebensabschnitt und den teile ich mit euch. Das heißt aber nicht, dass es bei mir ja, ähm, davor auch funktioniert hat, ne. Also, ich, ich kämpfe ja auch schon lange mit meinem Gewicht und arbeite immer wieder dran. Und, ähm, fühlt euch da auf jeden Fall nicht unter Druck gesetzt. Vielleicht ist das jetzt halt bei euch einfach nicht so an der Zeit. Und, ähm, mal schauen, ich bin ja auch nicht an meinem Ziel, ne. Ähm, werde auf jeden Fall euch einfach auf dem Laufenden halten. genauso mit den Putz-Motivations-Videos. Die dienen einfach zur Motivation. Ich möchte euch nicht unter Druck setzen. Ähm, bei mir gibt es auch immer wieder Phasen, wo es chaotisch zu Hause ist, wo ich nicht hinterherkomme. Das ist nur zur Motivation für euch, für mich als Motivation. Setzt euch bitte nicht als unter Druck. Genau. Und jetzt, da wir jetzt das Thema Abnehmen auch angegriffen haben, heute ist Montag, Wiegetag. Ich schreibe immer halt montags auf, äh, wie so aktuell die Lage ist. Und ich habe jetzt die letzte Woche 0,8 Kilo abgenommen. Ich habe es euch in meinem letzten Video schon erzählt, dass ich darauf achte, dass ich nicht zu viel abnehme. Ich esse jetzt auch nicht nur gesund, aber ich gucke schon, dass ich halt irgendwas abnehme. Und jetzt war es jetzt 0,8 in der letzten Woche. Ich bin jetzt, äh, drei Wochen dran. Insgesamt bin ich bei 3,3 Kilo, die ich jetzt abgenommen habe. Mit dem Sport ist das so, manchmal funktioniert das ganz gut. Dann schaffe ich so dreimal die Woche Sport. Äh, manchmal nur einmal die Woche. Sport mache ich schon ein bisschen länger wie die drei Wochen. Ähm, ja, es ist wirklich sehr tagesabhängig. Genau. Da gucke ich auf jeden Fall, dass ich dranbleibe. Aber aktuell, äh, ist der Sport gar nicht so interessant. Ich mache meistens eine halbe Stunde Fahrrad und dann ein paar Übungen, ähm, am Boden. Genau. Kann ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Eher was Entspannteres, würde ich sagen, einfach um reinzukommen. So, ich bin jetzt gerade unten in der Sauna. Wir haben hier ein neues Möbelstück. Und das ist das Letzte, was eigentlich hier in diesem Raum gefehlt hat. Hat einfach noch so eine Ablage für Handtücher, Klopapier und so ein Zeug. Ich habe jetzt hier die Sachen runtergeholt, die wir hier benötigen. Die werde ich jetzt hier einräumen. Und dann werde ich auf jeden Fall mal, äh, demnächst so eine Boom-Tour hier machen. Ihr kennt den Raum eigentlich schon ganz gut, aber einfach wollte ich euch noch so erzählen, was wir uns dabei gedacht haben und so, was unsere Gedankengänge waren bei der Planung, etc. Auf jeden Fall werde ich die Sachen jetzt kurz da einräumen. So, das war schon alles reingemacht. Und jetzt hat alles so seinen Platz da drinnen. So, die erste Ladung Wäsche ist fertig. Die packe ich jetzt in den Trockner. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich hauptsächlich nur den Trockner benutze. Ich benutze nur bei den Putzlappen, nicht den Trockner und hänge die Putzlappen hier an diese kleine Stange. Die kann man ja so vorklappen. Und dann sind da so ein paar Schnüre, wo man, ja, ein bisschen was hinhängen kann. Aber dort mache ich nur die Putzlappen hin, weil die, der Trockner würde die Putzlappen kaputt machen. Also ist nicht so gut. Und ich muss sagen, ich weiß, es ist eigentlich nicht so gut für die Umwelt. Es wäre viel besser, gerade bei warmen Temperaturen, die Wäsche draußen zu trocknen. Aber ich mache es einfach trotzdem wegen der Zeit nicht. Ich finde es so einfach zeitsparender. Und ja, irgendwie muss man Prioritäten setzen. Tut mir leid, dass ich manchmal hier unter dem Auge so verschmiert bin. Ich sehe das immer erst später in der Kamera. Ja, also für die Umwelt nicht so gut, weiß ich. Aber ja, ich setze da halt so ein bisschen Prioritäten. Wenn ich das jedes Mal aufhängen müsste, das würde mir so viel Zeit kosten, weil wir einfach so viel Wäsche haben. Und ja, deshalb benutze ich halt nur den Trockner. Ich bin jetzt gerade oben mit dem Mikey. Und wir werden ein bisschen spielen. Der hat sich dafür entschieden, mit dem Pferdehof heute zu spielen. Der steht bei uns eigentlich hier immer in dem Schrank drin. Den habe ich jetzt rausgeholt. Und bauen wir jetzt ein bisschen kurz auf. Und dann spielen wir. So, wir sind mittlerweile in Mikey in seinem Zimmer. Und haben hier mit der Eisenbahn gespielt. Niki ist auch im Start. Mikey baut hinter mir gerade eine Höhle auf. Jetzt ist es aber schon so langsam wieder Schlafenszeit für den Nix. Das ist immer so ein bisschen blöd mit der Abholzeit von der Sophie. Er geht aktuell dreimal am Tag schlafen. Vormittags, mittags und nachmittags. Und vormittags geht es ganz gut. Nachmittags geht es auch gut. Mittags ist das Problem, dass er meistens dann noch schläft, wenn ich Sophie schon abholen muss. Ich muss ihn dann oft aufwachen. Aber anders geht es irgendwie von der Zeit nicht. Wir haben es jetzt 12 Uhr. Er wird nämlich jetzt müde. Und ich muss gegen 1 Uhr dann die Sophie schon abholen. Ja, dann schläft er halt immer so eine Dreiviertelstunde. Und das ist dann aber auch okay. Weil sein Vormittag und Nachmittag schlaft er dann meistens ein bisschen länger. So, wir waren jetzt gerade ein bisschen draußen. Also ich habe die Sophie vom Kindergarten abgeholt. Niki ist noch hier drin. Und wir sind direkt danach raus auf den Spielplatz ein bisschen gegangen. Jetzt sind die Kinder noch im Garten und spielen dort noch ein bisschen. Ich denke, ich mache mir jetzt ein Latte Macchiato und setze mich auch ein bisschen dazu. So, wir sind jetzt wieder drinnen. Und ich habe jetzt so ein bisschen Kamilletee hier gemacht. Ich lasse das jetzt hier gut einweichen, äh, nicht einweichen, ziehen. Und dann werde ich Nick seine Augen mit so einem Wattepad damit sauber machen. Ja, der Kleine, der hat so ein bisschen so eine Augenentzündung. Und, ähm, ja, ich mache das. Das hilft eigentlich dann immer ganz gut, dass das nicht so wirklich dann ausbricht. Genau. Geh mal kleiner. So, ich setze mich ganz kurz hin. Der Kleine, der liegt gerade unter dem Spielebogen. Die Großen, die spielen gerade kurz alleine im Zimmer. Und ich nehme jetzt mal ganz kurz eine Pause. Guck mal so, was so abgeht bei meinem Handy leiden. So, die Großen, die sind jetzt oben und räumen die Kinderzimmer auf. Ich mache jetzt kurz hier Abendessen. Und zwar gibt es heute Champignon-Spinat-Nudeln. Das Rezept ist vom Thermomix. Das geht auch nur eine halbe Stunde. Der Niki ist da drüben in seinem Hochstuhl. Er hat leider ein bisschen Husten. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Kleiner Tipp von mir. Ich koche ja eigentlich immer vegan. Und wenn da jetzt zum Beispiel steht, 40 Gramm Frischkäse, dann nehme ich zum Beispiel einfach einen Joghurt. Das geht auch vollkommen klar. Ich nehme auch übrigens als keine veganen Rezepte. So, ich koche ja eigentlich immer vegan. Und wenn da jetzt zum Beispiel steht, 40 Gramm Frischkäse, nehme ich jetzt zum Beispiel hier einfach auch einen Naturjoghurt. Das geht auch vollkommen klar. So, das Essen ist jetzt hier fertig. Ich muss zugeben, es ist wirklich wenig geworden. Ich muss sagen, es ist wirklich wenig geworden. Das reicht nicht mal für zwei Personen, würde ich jetzt mal sagen. Genau. So, ich werde jetzt den Kindern noch helfen, ein bisschen oben aufräumen. Die sind nicht ganz fertig geworden. Ja, die wollen ein bisschen Hilfe. Ist auch vollkommen in Ordnung. Deshalb gehe ich jetzt nach oben, helft ihr noch. Und dann werden wir zu Abend essen und dann dürfen die Kinder ins Bett. Ich würde an der Stelle sagen, ich beende den Vlog. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder da. Genau. Also, bis dann. Tschüss.